Happy Birthday! 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 immer wieder Free Fire Max im BR Ranked und hoffe ich werde eine Liga besser. Viel Spaß! Okay, wir sind bei der Runde 1 angekommen. Es ist eine Insel. Next Terra, Bahamut. Bermuda, Bahamut, Bermuda. Okay. 3 Prismen einsammeln. Wie immer. Wenn ich alle einsammel, passiert hier leider nichts. Also bleibt es bei 3 Prismen. Wo ist denn der? Ach da hinten. Da hinten. Was weg noch. Boah. Muss man hier laufen. Da oben gibt es ein Fahrzeug. Glaube ich. Da hole ich nicht mit. Okay. Hm. Schafft man das? Und die letzte ist... Oh, den krieg ich noch. Der ist ja richtig weit draußen diesmal. Oh, war nie so gesprungen mit dem Auto. Oh, man. das schaffe ich noch ja ok so schnell mit meinem Hummel einfangen weiterfahren ok dann muss ich jetzt die Sachen Scharfschützengewehr Scharfschützengewehr ok auch schön Scharfschützengewehr von unten einmal alles hier neu ändern schnell weg und Scharfschützengewehr Scharfschützengewehr Was ist hier noch drinne Messer Ok Warte gehts einen Shop einen Shop brauche ich nicht Scharfschützengewehr Scharfschützengewehr Ok 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 3-10 Ok, wir hatten mal Dann haben wir noch Ok Und dann haben wir Ok Wechsel Ok 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.